Was macht man, wenn einem langweilig ist und dann keine Freunde hast? Richtig, du spielst Pokémon Blau. Oder du guckst mir zu, du Pokéfreund oder du Pokéland. Ja, das war eine komische Begrüßung, ich weiß. Wir sind hier gestehen im Leben in der Arena. Ich konnte sie leider nicht in der letzten Woche fertig machen. Traurig, aber wahr. Ich habe die Ehre. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. Ja, ich mag sie nicht, wenn sie so langweilig sind wie bei dir. Lel. Gereckt. Okay, gut, ein Pokémon, gut. Ein Ovi, oh. What? Wie sieht denn bitte der Ovi-Sprite aus? Erstens, glaube ich, ist da ein Ei zu viel. Zweitens ist da ein riesengroßes Ei. Okay, cool. Äh, wieso nicht? Staccato? Hab ich mir nie gehört, ja, Tocke. Ja, Patek's wird eh nix mehr hören. Dann ist jetzt tot. Oh, noch nicht ein Kp, okay, cool. Das, das, das kann man sich ja nicht geben, ne? Aber ich würde eigentlich gerne, dass er stirbt, damit ich dann seine Paraheilung nicht machen muss. Tut mir leid, Patek's, aber es ist halt so, leider. Okay, musst du akzeptieren. Dankeschön. Äh, Evoli, du musst kurz für mich einstehen, damit ich unseren lieben Patek's heilen kann. Denn der soll eigentlich das Allete gewinnen. Er soll die Arena schaffen. Wäre auch ziemlich cool, wenn das gelingen würde, wenn es so gelingen würde. Ich habe das Gefühl, ich gehe, glaube ich, erst mal lieber, ich weiß nicht, Lavagna Town wäre eigentlich schon sowas, wo wir eigentlich hin müssten, ne? Äh, ja, ich konnte immer noch eure Kommentare sehen. Weil, eigentlich dachte ich mir, soll ich jetzt aufnehmen oder nicht? Ich meine, ich habe ja schon seit zwei Folgen. Ich nehme lieber nochmal auf, ich meine, wieso nicht, ne? Ja, äh, Patek's, wäre ganz cool, wenn du LAP1 31 wärst, ne? Nur so, nur so. Als Taubhaus wärst du wahrscheinlich viel nützlicher. Was ist denn, wenn du willst, ne? Wenn du nicht unbedingt willst. Dann noch nicht, okay. Oh, ausgezeichnet. Gut. Und da haben wir die Redeleiterin, aber erst mal speichere ich. Yay, wieso nicht? Mö, gut. Kampf gegen Erika, seid ihr bereit? Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenehmt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Pressemania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich die Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich dran treten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren, bevor wir den Kampf machen. Hat ja irgendjemand gesagt? Das Mädchen, das nur Frauen erlaubt sind. Erika sagt dazu nichts. Aha, okay. Da kämpfen. Wie auch schon. Gegen Erika. Wie hat ein Saarzinja. Auf nem fucking hohen Level? What? Es verwirrt mich gerade bisschen und macht mir etwas Angst Hilfe Ist mal ehrlich, seit wann hat er denn so ein starkes Pokémon? Oder vielleicht ist es direkt schon ein eher stärkstes Pokémon? Wäre möglich Patex, bitte Ich will, dass du es schaffst Vergiftet Ich liebe es Ja gut, ihr würdet jetzt sterben Also kann ich die ganze Zeit Windschluss machen Also wir haben bestimmt noch andere Attacken, oder? Ja, jetzt bin ich eh im Wickel Sandwürbel wäre ganz gut Würbelwüns wäre halt nur, damit das Gegner Also ich weiß, dass das Würbelwüns nur dazu da Damit das Gegner halt weggeht So was wie ein Brunner Aber wir haben zu sich Nice Patex, ich bin schon auf dich Er wird 31, hast du nicht verwiegend Flügel Oh, Flügel schlack Geil Ja Ja Ähm Hochzukick Ich mein Flügel schlack ist Er ist echt eine gute Attacke Nice Tangela hat sie Ja gut, dachte ich mir eigentlich auch schon Der Salat, ey Mal gucken, wie das aussieht Mal gucken, wie das aussieht Okay, sieht aus wie ein ganz normaler Punch Aber naja, immerhin Das Gift, schade Patex Das tut sehr weh Ja komm, wir machen mal die Oh nein, komm, da habe ich jetzt keine Lust zu Ich schwörne Patex Wenn du den jetzt besiegst Küst und Kicks Okay Okay Okay, den Kicks hat er in ein paar Tagen mit der Passung geliefert Ein Gifloor Es sieht langweilig aus Also naja Im Gegensatz Und dann Boah, ich kann mich dieses Piep nicht mehr hören Mach das weg Egal Besieg ihn mal Besieg Patex kurz Dann muss ich keine Items abgeben Gut, Belieber Ich weiß Belieber ist teurer Aber Ey, es ist Arena der Kampf Okay Er ist auch hier Egal Ganz schnell Belieber Und ganz viel wieder zurücktauschen Schauen das Leute Was ist das gerade passiert? Das ist gerade passiert, ne? Sheet Sheet Ja, ich möchte ihn gerne Beleben, damit er wenigstens Erfahrungsbekommen bekommt Weil ihr wisst, ich will einen Totog endlich Blättertanz Kannst du so oft rum tanzen, wie du willst Du kannst mich nicht abhalten, dies zu besiegen Stirb Ah, was? Komm, ich mach jetzt, komm Besieg ihn Yes Da haben wir unseren vierten Orden wahrscheinlich jetzt Ne? Seht ihr? Level 34 Noch zwei Level und wir haben einen Totog Ich muss meine Niederlage eingestehen Deine Stärke ist beachtlich Ich übergebe dir den Farborden Äh, der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 Deinen Befehlen folgen Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden Nehm ihn bitte Nehm doch bitte dieses Geschenk Wie soll es etwas Spaß schaffen Wir haben jetzt Haben wir jetzt einen Orden bekommen? Ja, haben wir ihn bekommen Okay Ja, sie gibt uns noch ein Item, aber Ja, brauchen wir nicht Brauchen wir ihn nicht Brauchen wir ihn nicht Nö, 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 nö Brauchen wir ihn nicht Nö, 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 nö Obwohl Es gibt einen Glitch Aber den könnte ich mal gerne zeigen Obwohl Es gibt einen Glitch nämlich Hier an der Stelle war ja ein Baum Wenn ich jetzt abspeichere und das Spiel neu starte Dann bin ich im Baum Ich weiß aber nicht, ob man dann feststeckt Oder ob man dann wieder rausglitchen kann Aber Ihr wisst Bescheid Vielleicht mache ich das ja mal Aber ja, ihr wisst Bescheid Es geht aber nur an solchen Ecken Wo links und rechts Äh, zu ist Ähm Ja Äh, was wollte ich jetzt sagen? Egal Keine Ahnung Wir gehen jetzt raus Wir haben unseren vierten Orden Ohne dieses Coole Geräusch Äh Diesen Jingle Ich weiß nicht, wo der ist Vielleicht habe ich den verpasst Weiß ich Das ist ziemlich traurig Aber ja, müssen wir halt ohne leben Und Ja, wir machen uns auf den Weg Aber bevor wir das machen Hol ich mir erstmal Ähm Naja Ähm Was wollte ich jetzt sagen? Was ist mit Milose? Ich weiß noch nicht Erstmal ein bisschen Platz schaffen Also ich will jetzt nicht Nur mal zu Erika Weil ich will das Item nicht Nein, danke Erstmal Pokémon heilen Willkommen im Pokémon-Sender Wir heilen kostenlos Und wir verdienen kein Geld Weil wir nicht mal Werbung Willen packen? Ne, äh Keine Ahnung Ist langweilig Und ich labe irgendeinen Scheiß Damit ich Entertainen kann Hm, Mike 2018 Das ist live Äh Vergessen wir das Äh, wir brauchen nämlich Ein bestimmtes Item Ablegen Und zwar wäre ganz gut Wenn wir Wenn wir Den Lüftöffner Wegtun Oder Wie wäre es mit Münzkopf Wegtun Weil ich will das Indie wieder spielen Oder Den Den Mondstein Wegtun Oder Die TM's Alle wegtun Ja Das wäre ganz gut Ich freu mich schon auf GBA Wenn ich das mal Alles play Das wird so viel Angenehmer Wir wollten Ein bestimmtes Item Was ich Äh Die drei Die drei Items Wollte ich Ähm Verdammt Wir nehmen auch alle drei Die Limonade Dann Ein Diesel Ein bisschen Äh Hä, was denn jetzt Ach da Ein bisschen Orangensaft Dann ein bisschen Mittelwasser Und dann Haben wir noch Ein bisschen Äh Sprudel Die Die das Ähm Bemögen Ich fühlte wie ein voll Idiot Gut Äh Wir sind mit der Stadt Soweit glaube ich auch fertig Wir haben ja eine Karte Ich will mal ganz kurz reingucken Ja ihr seht da links Weg Der führt auch ganz unten Äh Zu den nächsten Stadt Ja Es gibt da zwei Wege Und wir werden auch beide machen Also Ja Fotos drauf Erstmal zurückgehen Denn Mit den Tränken Mit den Mit den Gewässern Mit den Gewässern Mit dem Trinken Können wir jetzt endlich Hier durch Weil die haben ja Durst Und jetzt Ich bin da am verdursten Ich bin verdursten nahe Was Was gibt es für mich Vielen Dank Natürlich dass du durchs Das alles Oh Dankeschön Entschuldigung Wenn du nach Sophronia City Möchtest Das zu passieren Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben Oh man braucht die anderen nicht Man braucht nur einmal abgeben Oh Naja egal Wir haben es Oh ich muss was Was denn jetzt gerade Wieso spielt hier die Musik Okay Wieso steht es noch als gut Egal Wir sind hier In der größten Stadt des Spiels Das neueste Produkt Der Civco Verkaufsstadt demnächst Ja das ist so eine Anspielung Also nicht die Anspielung Aber das wäre halt Demnächst Machen wir dann Auf jeden Fall ist das Dieser Fronia City Die größte Stadt Soweit ich weiß im Spiel Ja Ich guck mal ob meine Irgendwo Hinten Durch kann Ich glaube nicht Wait was ist denn hier Oh Wait 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 What is this Lass mich durch Ja ja Oh Wisst ihr noch Ich glaube da oben Ja da oben ist Azuria City Und dann Konnten wir hier nicht durch Aber jetzt können wir hier durch Hat Abkürzung so gesehen Hier ist die Arena schon Aber das Ignorieren wir mal ganz Dezent Früher ist hier die Gold Glänzende Handelsstadt Handelsstadt Okay Das hat mich jetzt Persönlich auch ein bisschen überrascht Oh ich hab mal gesehen Das sind riesengroßarenen Gut Und die sind überall Team Rocket Mitglieder Was das auf sich Auf sich hat Das werden wir noch erfahren Mhm Ja Okay Ja jetzt fällt es mir gerade ein Wir brauchen Erstmal Müssen wir erstmal hier den Orden haben Und dann gehen wir nach Lavagna Und dann irgendwann ein paar Folgen später Gehen wir dann Nach unten Zu der Stadt Und wie ich sage weiter geht's Das ist dann Ziemlich cool Psychologenhaus Den können nicht gebrochen Möö Humor immer right Warte Sag kein Wort Du suchst dies oder Äh Ja Genau Du hast es erfasst Alter Mann Äh was haben wir jetzt bekommen TM29 Psychokinese Passt ja Ne können wir nicht benutzen Ja Hier geht's halt von der Stadt raus Ich will mal ganz kurz gucken Wohin Ah Hier Ja Okay Da unten ist Oran Das sieht ich glaube ich Ist nie Ja 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 Da ist die Musik Alles gleich Wenn wir erst die Civco Unter Kontrolle haben Können wir in der ganzen Welt Mit Pokémon handeln Oh nein Das hatten wir lieber fehlen Dann Aber erstmal Pokémon Wieso nicht Und es ist ja wieder Angesagt Mit den Leuten Unterhalten Ich freue mich drauf Nein Eigentlich nicht Eigentlich nicht So Evoli Du warst tolles Mitglied Eigentlich nicht Geh raus Okay Wir brauchen mich jetzt nicht Tut mir leid Aber es ist ein gutes Level Finde ich Die Civco ist sehr bekannt Deshalb wurde das Zero Kid auf sie aufmerksam Der Zeitpunkt der Entwicklung Ist von Pokémon zu Pokémon Unterschiedlich Ja Hey wie geht's Ich wünsche dir die Top 4 Kämen Und stampfen Das blöde Team Rocket In den Boden Ich kann doch nicht einfach Pokémon handeln Ja sicher auch so Ich werde das Unternehmen Mein Freund Ach mach das Ich wünsche dir viel Glück Dankeschön Wie hat das Wärmeton Ich wollte eigentlich schon die Folge betten Aber ich soll den nicht Tipps der Trainer Der Super war erhöht Die Fangenquote Probiere ihn bei Pokémon aus Die schwer zu fangen sind Okay cool Nein Ich fühle mich wunderbar Wenn ich böse bin What the fuck Civco Bürogebäude Ich bin der Wächter Verdächtige Kinder Lasse ich nicht herein Hm Komisch Aber wie kommen wir denn dann rein Das war jetzt keine Ironie Ich meine das gerade Ernst Ich weiß gerade gar nicht Wie man da reinkommt Ich weiß geht es da weiter Ah pass auf wo du hinläufst Junge Ich muss gerade zusagen Ah hier ist der Markt Nein Ich will immer noch nicht einkaufen gehen Dankeschön Solange es kein Ähm Ich glaube DS Teil ist Wo es eigentlich eine coole Markt Marktmusik gibt Nein danke wirklich nicht Oh hier wird es cool Hier wird es cool Oder? Der Boss hat versprochen Dass wir diese Stadt einnehmen werden Aber wir haben ihn doch besiegt Nein gut der ist abgehauen Besonders zu sagen Was willst du noch Hau ab Ja die gehen alle in Häusern Oh ich hab das Okay geh wieder Ähm Sie gehen alle in Häuser Wo Nun ja Ähm Wahrscheinlich Zettelstum sind Hier können wir rein Aber es ist doch keine Arena oder? Kampf Arena Ja gut Aber es ist keine normale Arena Denn Sie hat Vier Gegner Und einen Boss Aber es ist keine richtige Arena Wie gesagt Äh Ich möchte Patek Jetzt mal austauschen Gegen Sonst hat mir Hat mir gefallen Wie die Mitgekämpft hat Obwohl es Grütze Ich möchte es Grütze Mal entwickeln Hier Ich mach es Grütze Erstmal Guten Tag Ich kann es sagen Wir kriegen hier Was cooles Heia Weiß aber Egal Darüber rede ich wieder Unbefugten ist der Zutritt Zu unserem Kampf Dojo verboten Mir egal Ich mach euch platt Alle Wir haben alle nur ein Pokémon Oder? Äh Äh Da hab ich mich Ja mal ganz knapp Unterschätzt Also Hab ich nochmal ganz Koppel unterschätzt Aber die sind eh nichts Sie können einfach nichts Wir werden nächste Folge Dann in dieser Stadt Mal auf den Grund gehen Was hier eigentlich So läuft Was mit dieser Stadt los ist Wie Team Rocket Vernichten können Und das nervt langsam Ja und das nervt langsam Was die Skurte Nicht entwickeln will Ein Mankey Haben wir schon gesehen? Ja Hatten wir bestimmt Ich sag es halt Ups Ich dachte Die Sache ist halt Ich hab vielleicht Lust Andere Teammitglieder Im Remake Zu nehmen Wär gar nicht mal so dumm Ne? Hätten wir ein bisschen Abwechslung Krieg auch ganz cool Ja Ein Rasa Bala Wie angrößt Oh der wird 31 Mhm Mhm Interesting Wir könnten hier eigentlich auch hin Ohne den Vierten Orden Aber jetzt sieht man natürlich Wieso man das nicht tun sollte Was? X Angriff Ja Die Gegner benutzen jetzt Auch Items Und tauschen ihre Pokémon aus Auch wenn das nur bei den Seltenstigen Gegnern ist Ja Tränen ist Es passiert halt auch manchmal Junge Junge Wer wird es noch Katsforieren machen Nein Junge Könnte ich ja jetzt was gegen machen? Ich meine es ist Ahn's nach Irgendwie nicht So erstmal heilen So erstmal heilen Ich weiß nicht gewesen sein Ich weiß es nicht Ich möchte noch einen Kampf machen Du solltest sehr gut sein Du solltest sehr gut sein Beweis es mir Möchte sein Ich hab Lust Es ist ja alles durchzumachen Wie diese Dieses Kampf Ich hoffe Die haben jetzt weniger Pokémon Ja Denn nur zwei Das ist angenehm Für mich Angenehmer Komm schon Blubstrahl Brauch nicht so viel Versprechen Ich hätt gern Surfer halt Endlich Aber Surfer ist ne gute Attacke Höhööööö Maschock Nice Für die 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 nicht wissen Maschock kann man nur entwickeln Und wenn man taucht 만들어 blah Er hat dann vier Arme Und fühlt es sich megacool Ist auch ein ziemlich torches Pokémon Muss ich sagen Also es lohnt sich Die Pokémon die man durchtauschen Zu entwickeln Sag ich mal Ja Es lohnt sich Ja das ist das Problem Das könnten wir hier nicht machen und ich wüsste ich wie man das machen sagen ich bin jetzt schon gut versorgt mit den folgen ich habe ziemlich viel genommen auch noch mein platz muss halt dran leiden aber das war doch schon mit dem schiedsrichter ein punkt keine herausforderung ist mir zu hart ich selbst römere steine mit bloßen händen krass komplett hatte nicht viel ein raser das ist stärker als wir okay jetzt meinte das spiel ist schon irgendwie ernst ich glaube ich habe zu viel mit anderen anderen pokémon von mir jetzt kommt man die spannung hoch halten deshalb sind auch jetzt kämpfe schwieriger kommt schon kommt schon das kein großes problem für dich die kriegste locker in die hinein daneben hat daneben jos panzerschutz damit ich mich sie ja nur zweimal panzerschutz jetzt verteidigung nein was mache ich denn aha der trainer hat den ball abgeblockt sei kein die nein das wollte ich nicht nein das habe ich verdient oh mein gott der big fail der ball ist sogar weg egal hat es wenigstens auch mal gesehen ich wollte kein tier rocket noch machen tut mir leid was pumpt sich auf online immer jetzt so eine giga gibt einer giftpuder noch nix angriff junge ich bin so schlau wir können so gern mal sehen wir überhaupt nicht ich meine manche leute sagen ja gut ich gucke mir die folge an aber ist ein bisschen zu lang und ich bin so geil die folge ist voll lang alter und wir zum ende an und die feiern das hat vorab 35 nice doch ein level und ja ich bin so einer es kommt darauf an was ich habe eine prellung so dass der letzte trainer wir oben sehen ja auch schon was da bekommen stopp ziehe deine schuhe aus was okay ein manky lustiger joke ja ich denke mal wenn es eine der folge unser total bekommen würde ich dich mal davon aus es hat ja alle mit diesen x angriff ist es so geil oder was also weil ich weiß dass sie der letzte trainer den nächsten danach der sagt uns nur was hoffe ich zumindest sonst war das ziemlich blöd wenn die folge noch länger als erwartet auch kommen den den einbanken hätte sie jetzt schon noch machen können von morgen dankeschön noch wollte aber ja voll nötig gewesen ein raser aufkommen das gute besiege das und bekommen level ab und entwickel dich würde dann bist du tolles team geht kommt das ist easy aller ein und rechts der vorhin der trainer der alle sind cooles wasser aber der ist nie sie kommt das schaffst du wie jetzt kommen kommen nein kein level abkommen und ich gebe auf wir jetzt noch kämpfen willkommen ich bin der karate meister ich lasse diese pokémon arena du folgst mich heraus also gut ich kenne keine gnade oder wir kämpfen los gehts nein nein zwei pokémon was ist es ein kick ok rip 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 ich würde sagen das machen wir dann in der nächsten folge ihr in der nächsten folge werdet ihr dann sehen wie ich jetzt im grunden boden gerammt werde ich hoffe euch hat die folge gefallen das erste mal dass wir in einem kampf die folge wenden und ja wenn es euch gefallen hat dann lasse positive bewertungen da ihr kennt das alles also werde ich es nicht sagen jetzt möchte ich mal wirklich mal eine pause machen denke ich mal oder oder ich habe ziemlich lust das spiel jetzt weiter zu spielen ich werde mal gucken ich weiß es nicht ich kriege nicht in kommentare was ich jetzt hier vorlesen könnte größtenteils egal haut rein oder ihr tschau oder ihr tschau